Mein Name ist Renata Socha. Ich bin eine brasilianische Schauspielerin und es ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich in einem Festival bin. Alles ist so schön hier, die Residenz, das Festivalhaus und wir sind mit einer brasilianischen Gruppe gekommen, Compagnia Brasileira de Teatro. Marcio Abreu ist der Regisseur und wer hat uns eingeladen war Dieter und Carmen. Und für uns, für mich, werde ich für mich sprechen. In diesen sechs Tagen habe ich so viel überlebt, so viel gesehen. Mein Kopf, mein Sentiment, mein Herz ist so offen gegangen, so viele Sachen habe ich erlebt, in diesen sechs Tagen. So, ich glaube, sehr important, sehr, es ist so wichtig. Ich denke immer, warum haben wir nicht etwas so in Brasilien? Das muss man, das ist die Zeit in der Welt jetzt, dass ein Mensch mit dem anderen und sehen, wer ist und austauschen. Das muss man machen. Und das kommt, das ist hier in Hellerau, das passiert hier mit allen Leuten. Ich bin sehr froh. Was wir hier machen, ist ein Prozess, ist ein Stück, das ist nicht fertig. Das war der S.A.R.A. und Projeto, dieses Prozess. Hier in Dresden, in Hellerau, anfangen. So mit zwei deutschen, wunderbar, zwei deutschen Schauspielern. Wir anfangen, einen Prozess zu arbeiten über Rassismus. Rassismus, nicht? Wir haben Rassismus in Brasilien. Das ist, eine Menge Leute sagen, nein, wir haben nicht, aber wir haben Rassismus in Brasilien und wir wollen über das sprechen. Wir sind hier, dann wir gehen nach Frankfurt. Wir machen die selbe Sache, auch der Projeto Brasil, das Stück, das ist fertig. Sie machen, der Kompanie. Und dann machen wir ein oder zwei Tage, diesen Prozess auch. Und dann gehen wir nach Brasilien und anfangen, dass wir anfangen, nein, wir machen weiter. Und ich glaube, wir werden hier das erste Mal machen, an Opening Night. Ich glaube, das wird in Germany sein, in Deutschland. Das ist es. Das ist toll. Das ist toll.